aber auch nur weil sie so viele angriffe machen konnte was ist jetzt mit den ganzen die hier so sind haben wir noch diesen status haben wir nicht das heißt wir können uns jetzt auf den kampf konzentrieren hauen die ab gerade der ist auch weg ich glaube die hauen haben das heißt sie haben es geschafft man das war nicht so einfach ich hoffe die kommen nicht alle wieder das wäre ärgerlich eine rast könnte schlau sein ich der eigentliche heimliche typ weißt du schafft es wahrscheinlich nicht die rüber ja so hebe ich übrigens auch dinge auf von dem tisch ich schätze mal hier sind gar keine feine mehr wenn alle jetzt verpufft sind glaube ich auch nicht dass andere gegner hier sind oder das ist ganz gut wir werden natürlich urin töten oder zumindest ist das der plan ob das klappt ist das andere ist okay hier oben waren die so hätte man an die rankommen können aber in fünf runden und den dann ja auch noch besiegen nene es lief alles darauf hinaus ihn als erstes zu töten da ist nichts oder ja gut dann könnten wir hier nochmal gucken was ist das stille 100 züge die durchsuchen jetzt auch mal so ein bisschen diesen billig zeugs hier weil ich hoffe ein bisschen auf lebensmittel auch da erbsensuppe ich weiß nicht ob ich die essen würde wenn da drüber ein toter liegt oh guck mal was ist mir egal was was macht axel voss so holen denn da? Klingt wie Hex. Jetzt keine Ahnung wo wir hier hinlaufen. Ach cool. Hä? Ich dachte ich kann da nicht hin. Gehen wir mal hier hin. Oder hier hin. Hier sieht es ein bisschen besser aus. Würger verliert wieder. Rostige Sicheln. Eigentlich nur Müll aus Salz. Das hätte ich nicht einsammeln dürfen. Das ist ja eher was für Karlag. Das ist leider wichtig. Oh cool. Unheilige Ableckungen. Was? Erfolge des Ordens des eifrigen Schlags. Eine fleckige Aufzeichnung in zwei verschiedenen Handschriften. Abgefasst. Eine dick und gleichmäßig. Die andere geneigt und krakelig. Ich habe es wieder geschafft. Was? Hab kühn zugeschlagen. Stellt euch vor. Gasthaus, Steuer und Mantel. Patriarch stolpert zur Latrine. Beugt sich über die Schüssel. Übergibt sich überall. Ich muss nur noch einen Stein von hinten fallen lassen. Er ist erledigt. Eine wirklich herrliche, wirkliche, verwegene Tötung, mein Freund. Aber nichts im Vergleich mit meiner kürzlichen Eskapade. Gift war der Schlüssel. Und es war auf dem Schlüssel. Die arme Kreatur griff nach dem Schlüssel. Alter, was zum... Um ihr Heim abzuschließen, wehnt sich in Sicherheit und besiegelt so ihr Schicksal. Ach, sind wir jetzt bei Gift? Mein letztes Opfer hat einen Eintopf gekocht. Duftet verdammt aromatisch. Jede Menge Fleisch. Lamm, glaube ich. Muss wohl für eine große Feier gewesen sein. Genug, um eine ganze Familie satt zu bekommen. Vielleicht sogar eine ganze Straße. Wenn ihr mich fragt, fehlt nur eine einzige Zutat und er hat sie auch noch im Schrank. Direkt vor Ort. Lauge. Jede Menge Lauge. Oh, wie sie gurgelten, mein Freund. Eine wundervoller Chor. Ich hab einen dünnen Stahlstachel in Suppe fallen lassen. Sie schlürften ihn auf und sofort setzte er sich hinten in ihrem Rachen fest. Sie erstickten an Suppe und Blut. Ich fand einen einsamen Koch über einen brudelnden Topf mit Brühe gebeugt. Es war ganz leicht. Hab ihn nur geschubst und seinen Kopf runtergedrückt. Es kam mir wie ein kurzer Moment vor, bis er starb. Und immer so weiter mit Prallereien, mit denen die beiden sich gegenseitig auszustechen versuchten. Wann, total? Ich hab's nie. Ich hab's nie. Wann, total? Aber hier gibt's nicht allzu viel, ne? Wo muss ich eigentlich weiter? Da, du ist wahrscheinlich. Naja, die kann ich nicht nehmen. Okay. Gut, hier machen wir eine Rast. Also eine große. Und sind trotzdem hier irgendwie. Also da hätte ich so dieses Rast-System, hätte ich ein bisschen von Pathfinder, wo man halt wirklich mehr oder weniger an der Stelle rastet, wo man halt auch ist. Mehr oder weniger. Die haben natürlich auch ihre festen Orte so vom Game her einfach oder programmiertechnische Gründe. Aber ich bin gerade irgendwo in der Kanalisation, komme aber komischerweise immer wieder zu diesem Lager hin. Was natürlich auch okay ist eigentlich. Na ja. Aber jetzt bin ich wieder hier. Könntet ihr mal beiseite gehen? Ich kann es nicht aufheben, okay? Der Gott des Mordes wird ermordet. Ja, so kann man es eigentlich gut sehen. Schnell sprechern. But in his doom, he shall spawn a skull of mortal progeny. Yam, yam. Schweinebauch. Erstmal ein gutes Holzfeller-Steag. naja was soll halt passieren berühmte letzte worte ja was ist das denn schädelratte ja mach ich mal aber gut zu wissen dass der hier ist das heißt wir müssen erstmal hierhin sieht auch sehr einladend aus schönes wohndekor den architekten würde ich gerne mal kennenlernen könnte ich mir auch für meine wohnung vorstellen ist schon ein bisschen hat was sehr heimlich urin wird sich wahrscheinlich ebenfalls wahrscheinlich in so ein avatar halt verwandeln wie hab seinen namen schon vergessen der andere der dann zum knochenkopf wurde da ist noch eine falle ok aber ich habe keinen schaden bekommen also nicht wirklich war auszuhalten aber Okay, das war jetzt ein anderer Weg. Das heißt wahrscheinlich, entweder ist das hier einfach nur, weil ich den Loot gefunden habe, die fallen, oder... ...ich bin hier jetzt irgendwas entgegengekommen. Also, ihr wisst schon. Ach, weiß, weiß. Der muss jetzt hier erstmal hoch, glaube ich. Tempel des Baal. Oh, ne, doch nicht. Oh, das wird nader, Gang. Oh, wer hätte das denn erwartet? Ja, jetzt renn noch rein, während ich die Scheiße hier entschärfe. So, aber ich will erstmal hier hin. Okay, das wäre jetzt der andere Weg gewesen. Da ist wieder eine Falle. Oh. Auch wieder fallen. Solide Tür. Ah, das wird doch nichts. Was? Kommt, das ist doch gescriptet. Murder. Bloody murder. Who else but Baal would these symbols honor? A chill draft stripes as you turn. As if distant eyes were set. Watching. Stone, seal, no key, no handle. Better to forget. Wie komme ich da jetzt ein? Hm. Muss ich all diese Statuen vielleicht irgendwie? Ich meine, dann könnten wir nochmal hier lang gehen. Aber Orlando sah nicht. Er wusste nicht. Er wusste nicht. Er war nicht in der Glorie, was zu kommen. Gut, dass es überhaupt nicht offen aussieht oder so. Okay, wir sind jetzt beim Tempel. Was ist das? Da soll es angeblich zum Gehirn gehen. Hm. Okay. 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 Gut, Blut hat auch nicht geholfen. Da scheint es noch weiter zu gehen, wo die Leichen waren. Ist das Blut? Nein. Keine Ahnung. Von hier, ne? Ja, das muss erreichbar sein, Kollege. Da gehen wir erstmal hier hin. Na, da geht es auch nur zur Natur. Na gut, eher unwichtig. Dann weiß ich auch nicht. Es gibt keinen Griff. Ich kann nichts machen. Kaleck. Ach. Ich überlege gerade. Hier selbst ist ja auch nichts mehr. Wir erzählen irgendwas von vergessen. Das Blöde ist halt, man kann halt nicht rauszoomen oder so. Oder zumindest weiß ich es halt nicht. Was ist finden? Darf ich nicht gesehen werden? Ja. Dann gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in mehreren Zeiten leben würde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in mehreren Zeiten leben würde. Okay. Okay. Da muss ich mal das im Internet, glaube ich, nachgucken, weil ich wüsste nicht. Ich habe alles gemacht. Gibt es da noch irgendeinen Weg? Hier war nur eine Truhe. Was ist das hier? Schauen wir mal. Ach. Hier kommt der gar nicht mit. Muss ich hier vielleicht irgendwas machen? Ich meine, diese ganzen Leichen werden doch nicht einfach so da sein, oder? Was ist der Abgrund? Okay. Welkender Alex? Ich weiß, diese Hände. Er gehört zu Dribbles, der Clown. Du schnibbelst dem Narren. Was ist der Bild für seine Göttlichkeit gesteht hat? Welcher Nutzer hat ihr verrat? Sie hielt sich vor, aber sie vergaßt, wem sie diente. War es im Blut, Ohr in die Rot. Kann ich damit jetzt die Tür vielleicht öffnen? Ich weiß zwar nicht, warum ich das mit einem toten Kopf machen sollte, können sollte, aber schauen wir mal. Ich bin überladen. Immer noch. Das ist halt alles nicht schwer genug. Hmm... Ich lese mich da mal durch, woran es liegen könnte und dann, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Ciao.